hallo und herzlich willkommen meine Freunde zurück bei große ambitionen ja wir sind total beschäftigt und haben eigentlich so viel zu tun aber ich habe etwas entdeckt wir haben ja der letzte mal diesen riesigen lkw gekauft und ich sehe gerade dass wir durch den lkw acht orte beliefern können das heißt wir haben ja noch optionen das bedeutet wenn wir jetzt den verkäufer einstellen können wir auf jeden fall noch die nahrungsmittel und alles einpacken dann können wir auch unser restaurant endlich beliefern und wir müssen unser friseur noch fertig machen wir haben noch ein bisschen was vor das waren klamotten das sind einfach nur verschiedene farben ich muss mal eben gucken ich habe doch jetzt glaube ich jet blue und united mal gucken was noch über ist jet blue united ich glaube die zeit ist noch offener ich schaue einfach mal ich schaue einfach mal was kann denn der einkäufer von seaside ok hier sind halt die sachen da würde ich halt auch sagen dass wir immer 1500 einlagern ach komm machen wir gleich doch 1500 ist gut er hat auch papiertüten aber auch gleich noch mal 2000 lager müssen wir auch gleich zuweisen hat ist schon okay das haben wir noch nicht frische lebensmittel und sowas bierne also das ist hier auch ziemlich viel mit lebensmittel haben wir erst mal die hier acht bis der watt 2000 haben wir wenigstens immer wieder immer wieder ressourcen ressourcen zum verkaufen so alles ins lager bestellen war und dann machen wir hinterher alles auf alle drei tage oder so so jetzt gehen wir logistik manager neues ziel bürger waren machen wir immer 1500 1500 1500 1500 8 getränke haben wir gar nicht nehmen soll gucken ob wir nochmal er soll auch immer 1500 haben obwohl papier können wir ruhig 2000 machen haben wir auch noch genug okay wir müssen mal gucken wo wir getränke herkriegen wer hat denn irgendeiner der getränke mit schickt so ihr günstig ist hier getränkedosen ich packe einfach auch mal 5000 mit rein alle sieben tage das passt das passt Papiertüten sind hier die geschenke sachen was ist hier alle sieben tage und hier haben wir kleider alles klar dann ist wirklich er okay dann holen wir auf jeden fall schon mal ran ach so entschuldigung natürlich lager bestellen wir direkt mal so wir gehen jetzt zum friseur oder was brauchen wir denn euch sehe das kommt warte mal benötigt ach wir müssen die kasse und die sachen selber kaufen ich erinnere mich wieder machen wir komm ich fahr im schnitt mit taxi wir haben es eilig ist zwar hier um ecke aber wir wollen ja auch gas geben ne so tada einmal drehen so wir brauchen eine kasse wir haben glaube ich erstmal nur eine ne so kasse beim friseur brauchen die ja sonst nix eine reinigungsstation ich nehme nochmal hier so ein ding mit und da war doch auch irgendwie so ein ausstellungs ding noch ne das kriegen wir aber hier nicht okay dann gehen wir erstmal hin Stück für Stück holen wir uns alles da ist ein taxi taxi ich hätte gerne einmal zu meinem friseur laden der barbershop der barbershop der barbershop der barbershop schauen wir mal oh ja ganz vergessen wie schön das doch aussieht so eine kasse ah ja reinigungsstation tu mal hier hinter so und dann haben wir noch ein lagerregal okay das passt perfekt so ja jetzt sieht er schon grün fehlt noch ein bisschen ne ich glaube das interessiert aber auch keinen so was haben wir denn hier achso da können wir jetzt haarprodukte günstiges geschenk so war es ne wir müssen wir müssen hier natürlich günstige geschenke und ah okay er will also dass wir noch eine kasse rein stellen oder wie gelb ist da 20 und wir haben aber 30 ja dann holen wir uns noch eine kasse und einen tisch alles cool und dann müssen wir haarprodukte irgendwo herkriegen so ist das noch offen ich hoffe dass wenn wir da sind auch noch ok nehmen wir nochmal mit einen tisch und eine kasse und bezahlen so das andere können wir ja nochmal irgendwie anders besorgen müssen wir mal gucken wie gesagt ich habe noch keinen friseur gehabt ich bin brauche bin wir noch nicht sicher ob wir nur haar stylisten brauchen ob wir noch einen kundenservice brauchen ich habe keine ahnung auf jeden fall fehlen haarpflegeprodukte pommes und sowas fehlt aber da kommt jetzt alles und wird dann auch alles versorgt halleluja ihr lieben halleluja erst nochmal vielen dank für die ganzen tipps und alles natürlich gibt es vieles was man einfacher machen kann und so aber ich muss auch sagen manchmal will ich auch noch ein bisschen arbeiten weil sonst musst du später wirklich gar nichts mehr machen und ich meine darauf wird es auch hinauslaufen wir lassen nur noch arbeiten aber so ein bisschen action und stress und so will ich ja auch noch haben weil dann kann man wenigstens sagen man hat es mit eigenen kräften geschafft ne und das macht halt einfach auch spaß eine million haben wir die hälfte bald haben wir zwei millionen aber ich bin das ganz gut dass wir noch nicht so weit sind weil ich würde gerne erstmal mich noch ein bisschen aufbauen so wir können wir sind schon fast beim friseur hingelaufen ohne taxi aber ist auch nicht schlimm dann machen wir das ebenso ein bisschen haare schneiden ein bisschen haare schneiden lalalala 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 so dann holen wir uns mal machen wir hier die kasse hin jo so gucken wir nochmal rein jetzt haben wir die kasse ist grün ne ja ja so jetzt brauchen wir noch zweimal geschenke aufsteller äh ist eh schon spät wird wahrscheinlich auch schon wieder zu haben ne bin ich mir ziemlich sicher können wir mal gucken das war hier ne ah ist sogar noch offen ok vielleicht schaffen wir es noch vielleicht schaffen wir es noch nehmen wir mal im schnell taxi jo geschenke aufsteller was man alles braucht ne na dieses gebäude hier ne das ist immer so ein millisekunden lag hier total bekloppt schmuck vitrine ne was war denn äh Zigarren Gott ey was Backwaren Weinregal ah ne das war doch bestimmt hier ne bei den Friseursachen ne ja Friseurregal aber das ist ne das ist auch nicht mit Geschenken äh Wandmutiertes Produktschild Jesus Christ jetzt muss ich gerade erst mal suchen äh Produktaufsteller war das das hier die Dinger waren das ne Produkt ne das war das hieß doch Geschenkaufstellding ne Schmuck vitrine hab ich das nicht auch hier raus oder hab ich das aus einem anderen Laden Friseurregal Friseurregal Dekoratives Shampoo so das kannst du dann hier mehr als drauf stellen so aber äh wo hab ich denn dieses äh diese Geschenkding her ich bin gerade fasziniert und verwirrt gleichzeitig äh oder war das in dem anderen Ladengeschäft wo man auch diese ganzen Schmuck vitrinen und sowas herkriegt aber die hast du ja auch hier oder war das doch ein Produktaufsteller einfach nur haben wir ja vorhin schon gesehen ne das war hier Produktaufsteller da muss ich dann nochmal gucken ich bin mir grad unsicher ob das jetzt ein Produktaufsteller war das müssen wir da später nochmal hin hä was hab ich denn da geholt I don't know what I do aber ist nicht schlimm wir werden es schon vollständig kriegen aber hallelujah so rein mit dir ach so jetzt hab ich nur Shampoo geholt ne war ich ja wieder besorgen das Produkttaufsteller ach doch Produktaufsteller okay dann war das schon richtig hä ich dachte wir können da mehrere drauf tun war ja bei dem anderen Ding auch ach das ist doch Schwachsinn das ist doch Schwachsinn verkaufe ich alles klar so haben wir denn schon Leute bekommen die wir einstellen können nö 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 okay wir pennen jetzt mal eine Nacht müssen auch unsere Freude wieder ein bisschen erhöhen und dann hole ich später noch die Produktaufsteller war doch Produktaufsteller da muss man ja erstmal auf die Idee kommen ne so ich gebe ja du bist ja schon wieder todmüde du armer Kerl ich dachte mir noch tot umkipps 83.000 das sind genau die Summen die ich haben will so und du mal ein bisschen zocken ja die Leute kommen auch bisschen fernsehen aber man ist schon wieder später weil es egal so erstmal alle einstellen ach du heilige Wurst ey was habe ich denn da alles bestellt oh Gottes Willen ihr seht schon das geht ab jo so dann Personalleiter er ist ja noch ziemlich hat ja noch nicht so viele Leute unter sich aber das ändert sich jetzt so dann wollen wir doch mal Friseur klar macht der minus so was haben wir denn hier hairstylist er sieht aus wie ein geschenk man Dienstplan Gott okay jetzt muss ich erstmal gucken wie heißt der der alte wo ist denn der da naja ja du bist keine Reinigung ach so guck mal das heißt ich brauche h modern Friseurstuhl oh Gottes Willen ey was habe ich denn da angerichtet ey da brauche ich ja 500 Leute ey für jeden jeder der was einzelnes macht ist halt die Frage ne jetzt noch mal gucken was kann der denn ich geh nochmal kurz hier rein wir haben jetzt h stylist der kann ja wahrscheinlich dann beides und dann brauchen wir noch kundenservice okay dann muss ich auf jeden Fall nochmal anrufen aber jetzt ist eh schon zu spät okay dann machen wir jetzt erstmal entschuldigung so bis friseur zeitplan so der die der ist jetzt erstmal mit 48 dabei machen wir erstmal alle die ich habe rein hier ich guck mal eben ob die auch diese sachen hier können ach so dieser mittag hat keine geeigneten fähigkeiten okay das ist jetzt also was ich bestellt habe nur für haarshampoo also das ist der security wem brauche ich denn dann für weil er ja hier die haare drauf hat 1 2 3 4 so ich habe 1 2 3 4 und ich habe noch einen der hier da muss ich dann eh verlängern so müssen wir eh gleich individuell einstellen okay dann lassen wir erstmal so offen so und dann haben wir noch unsere reinigung ho 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 jetzt muss ich mal eben gucken hier sind ja alle vollzeit ne ja alles vollzeit alles vollzeit da hat keiner irgendwelche da keine nachmittagsschicht also was wir jetzt haben sind alles frühschichtler sehr gut du sollst auch geschenkt man geschenkt man das ist jetzt hier sicherheitsmann sicherheit geschenkt man sicherheit und geschenkt man so okay müssen wir dann eher einsetzen weil die dann auch noch eine andere schicht haben müssen okay dann gehen wir wieder rein machen alles auf und machen das weg und fangen wir mal montag an und die haben früh auf und dann setzen wir mal erstmal alle früher rein und dann müssen wir gucken das war später das war später dann noch mehr reinsetzen so da ist auch noch ein sicherheitsmann zack so okay ja den sonntag lassen wir jetzt echt mal immer erst erstmal aus ich glaube dann geht es denen auch schon besser von der zeit ne 48 so so du solltest doch alles jetzt auf diese länge haben wir wieder montag immer um drei immer bis drei uhr immer bis drei uhr oder von drei uhr bis dahin wir passen und sagen was zusammen ist ja noch nicht offen ich brauche mehr leute das kann ja was geben der laden wird sowas von eingerannt egal habe ich halt 50 leute da arbeiten vielleicht machen wir auch sonntag auf damit halt ständig ständig irgendwie betrieb es und das muss natürlich auf seine so der hat auch nur 48 also ich brauche den sonntag tatsächlich dann kommst du noch mal zwei tage alles quatsch aber was anders machen wir hier zwei tage weg long day und dann kommst du hier komplett 43 ist immer noch zu wenig immer noch zu wenig dann ist ja der sonntag ist ein langer tag da muss ich später dann voll machen noch drei tage drei stunden wenn ich 123 alter das wird ein friseur tag hier des todes jetzt haben wir hier alle auf 49 da machen wir alle mal ein hoch so jetzt sind sie schon mal alle auf 50 blau das ist auch schon mal gut jetzt haben wir alle auf 50 okay also wir haben zwei cool zwei mal kunden service brauchen wir noch und modernen friseurstuhl so jetzt tun wir noch mal kurz eine runde ist ja wahnsinn wie viele leute du da brauchst wenn friseur wenn man das war mal gucken ob die ob die ganze 105.000 schon halleluja die kohle sprießt nur so raus papiertüten im basseur das ist alles noch surprise braucht geschenke sondern mal gucken ok was will der silber naja kriegt ihr habt gold sogar ihr kleinen kleinen lümmel so wir brauchen was ist sonntag ich hasse sonntag jetzt gehe ich mal kurz hier rein geschenke laden ist das nicht auch wo haben wir auch schon gekündigt ok logistik geschenke ach haben wir gar nicht haben wir noch gar nicht drin hier die geschenke kriegen wir denn geschenke geliefert günstiges geschenk teures geschenken haben wir gar nicht dann machen wir doch nehmen wir auf jeden fall mit bestellung stornieren und dann machen wir günstiges geschenk 2000 lager bestellung und dann machen wir hier teures geschenk 2000 dann gehen wir auf den logistik man und dann versorgen wir geschenke machen wir immer 1500 1000 ok dann ist das lager ist so klein machen wir mal 1000 die 1000 und papiertüten 1000 2000 soll ja immer versorgt sein dann haben wir das auch halleluja wir pennen jetzt einfach weil ich will am nächsten tag erstmal die ganzen sachen bestellen das muss man wieder ein bisschen gibt direkt mal wieder hier richtig viel kohle schütze raster 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 nehmen wir den auch noch mit holen wir nachher noch zwei produktaufsteller raster 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 und der friedlich das kriegen wir hin wasser kühler müssen uns später mal angucken sagen wir mal ein paar stunden jetzt rufen wir mal direkt an wir brauchen barbavano hairstylist ob die kundenservice nehmen wir mal drei stück erst mal ich will das hier voll bombardieren oder brauchen wir gleich vier oder wir sind drin durch wir sind richtig hardcore hardcore hier gibt es nichts jahr ist wen muss ich den einstellen für die haare aber wen stelle ich denn ein gibt ja nur hairstylist oder gibt es noch nicht ich bin verwirrt oder brauchen wir einfach die haarpflegeprodukte und deswegen geht das nicht ich verstehe es nicht ich kann ja auch die leute jetzt hier nicht einsetzen wir haben jetzt hier moderner friseurstuhl da muss doch irgendeiner drauf ach jetzt geht es aber ich bin verwirrt aber oder habe ich vorhin irgendein sicherheitsmann genommen oder so okay dann habe ich acht stück das hat überhaupt alles was ich da so treibe ich weiß selber gerade nicht aber ich bin gut dabei so wir haben 12 1 2 3 4 5 6 7 8 egal ich hole die leute ran ist mir ich will hier 500.000 leute beschäftigen so machen wir gleich mal volle 8 mal gleich volle 10 ist mir egal komm ran hier zehn mann halleluja das wird voll das wird ein dienstplan des todes habe ich das gefühl wir können da gleich mal kurz auf preis gehen da muss ja auch sich lohnen ach du heilige ok 15 22 6 5 föhnen machen wir 80 wir sind der föhne ist sehr teuer 100 125 wir sind hier auf jeden fall richtig richtig teuer so haarpflegeprodukte jetzt können wir mal gucken können können haben wir denn irgendwo haarzeug hier whisky fehlt mir denn irgendwo noch ein laden hier gibt auch nur ein haarpflegeprodukt ok dann stellung stornieren haarpflegeprodukt machen mal 4000 natürlich auch ins lager bestellen dann gehen wir auf logistik gott das macht so spaß das macht so spaß ach hier haben wir auch noch günstige geschehen ok dann gucken wir immer dass wir immer 2500 hier haben geschenke immer 1000 1000 getränke und 2000 papier sehr gut dann muss ich aber bei dem einkäufer der getränke holt ja 500 passt alles das passt bombe wow gut dann würde ich sagen pen war ich bin sehr zufrieden müssen wir noch die leute einstellen auf jeden fall 90.000 sehr gut so was will der jetzt hier bronze die leine so ich freue mich jetzt auf die angestellten irgendwann wird ja wohl einer kommen naja jetzt geht's los ich habe ich wieder getan habe ich getan kann das geschäft hat überhaupt alles verarbeiten ich sag dir das ok personal hat das bestimmt jetzt voll einmal füllen wenn man zehn leute reingedonnert oh mein gott aber ich will gerne dass die angestellten alle aussehen wie richtig krasse büroler so richtig vornehmen also auch mal so geschenkt hat war ja auch ganz cool so weiblich geschenkt dann können wir auch geschenkt girl nehmen ist eh wurscht kritisch keine frühschichten das ist super du kommst abends dran so haastylist haastylist ach jetzt habe ich den namen wieder vergessen oh gott jetzt muss ich die einfach erstmal alle lila lila wenn auch hier ein anderer da ist so wo ist in lila oh gott bei den millionen lo da ist lila du bist ja direkt am dienstag da und am so lila so lila haben wir erstmal versorgt dann geht es weiter mit daniel daniel derby daniel derby daniel derby da ist er sonntag daniel derby du bist ein sonntagskrieger sonntag haben wir gar nichts vielleicht muss ich sonntag doch erstmal schließen machen wir erstmal samstag daniel derby naja der alte daniel ist er oh man leute das wird noch ein einstellungskrieg hier könnt ihr euch gar nicht vorstellen daniel derby ist auch eingestellt ich hoffe dass ich hier später wenigstens lückenlos bin wenn haben wir hier den nennen wertz den nennen wertz wo bist du denn denn nennen wertz dann gehen wir wieder auf montag denn nennen wertz mal wieder so ein bisschen gemischt dass wir halt auch mal um die uhrzeit irgendjemand haben der hier freude strahlend die leute versorgt traumhaft haben wir auch jetzt weiter kundendienst der sieht aus wie der richtige killer hier kundendienst ist natürlich extrem wichtig ach jetzt habe ich den namen vergessen büro wiss büro wiss büro wiss da dienstag montag mittwoch donnerstag freitag samstag samstag ist a long day for you so ihr lieben die zeit ist eh schon wieder rum ich würde sagen wir machen hier kurz cut also wir haben einiges noch einzustellen kriegen wir aber alles hin ich bedanke mich es war mir eine ehre und wir kommen zu den zwei millionen ich sage euch mit dem friseur laden bei den 1000 eingestellten bericht der laden wahrscheinlich durch du da werden wir das wird eskalieren das wird echt witzig und wir haben kapazität ja ja gut die geschenke kommen noch alles gut das wird echt ein witziger das wird echt witzig ich bedanke mich und dann sage ich mal bis zum nächsten part eure war nur und ciao